Zirkus Aron überwintert in St. Lorenzen im Mürztal im Flaschgelände. Sie stationieren in der Nähe von Bruck an der Mur, Leoban, ist ja auch nicht weit weg. Da geht es ja am 6. März richtig los. Und was war eigentlich der Grund, dass Sie sich genau hier etabliert haben für die Wintermonate? Also wir haben zufällig Herrn Helmut Flasch kennengelernt. Haben uns auch sehr tief mit ihnen Gespräche gehalten und haben uns entschlossen, ein gemeinsames Projekt hier zu starten. Weihnachtszirkus, Weihnachtsmarkt und halt alles unter einem Dach. Es ist ein sehr schönes Gelände hier und wir hatten vergangenes Jahr schon einen sehr großen Erfolg. Wir werden es auch zum kommenden Weihnachten wieder starten und hoffen, dass wir noch mehr Leute begeistern können mit dieser Sache. Weihnachtszirkus, Weihnachtsmarkt, auch sehr schöne Veranstaltungen für Groß und Kleinen. Hier gibt es einen Eisplatz, hier gibt es halt alles, was man gerade im Winter unternehmen könnte und halt auch ein bisschen Freizeitgestaltung. Etwas ungewöhnlich, dass sich im Bezirk Bruck an der Moor ein Zirkus angesiedelt hat. Und das haben wir einem Mann zu verdanken, der sich sehr interessiert gezeigt hat und der vor allem ein Herz für die anderen hat. Na ja, ich bin mir nicht so sicher, ob man das mir verdanken muss. Das hat man einfach zum Verdanken, dass die Leute gesprächig sind. Beim Reihen kommen die Leute zusammen. Und na ja, voriges Jahr im Sommer die Familie Simon, der Herr Simon und die Frau Simon, sind da runtergekommen und haben gesprochen. Und die waren vom Zirkus, die haben dann Zirkus gehabt in Marien und irgendwie hat es gefunkt. Irgendwie haben wir uns gegenseitig mögen und haben halt gesagt, was tun wir für einen, eigentlich die Linda, hat gesagt, was tun wir für einen Winter, habt ihr was, wir würden gerne hier sein vielleicht. Und das kamen und das war wunderbar. Einfach eine sehr gute Freundschaft ist daraus gekommen und ich hoffe, dass die Freundschaft wiederkommt, dass wir nächstes Jahr das wieder machen. Zirkusluft ist Duft, sagte einst der berühmte Clown Charlie Ribble. Und lange ist das her, dass die großen Zirkusparaden durch die Städte zogen, um ihre Künste zu zeigen. Und die Bezeichnung Menschentiere-Sensationen werden demnach gerecht. Ja, das sind keine falschen Worte. Also Zirkuswelt ist wirklich seine eigene Welt. Und das kann man wirklich nur machen, wenn man Spaß und Freude an die ganze Sache hat. Es ist ein alter Beruf und ich hoffe, der geht niemals unter. Weil wir und unsere ganze Familie haben da noch sehr, sehr viel Freude dran und es macht uns Spaß, Kinder und Erwachsene noch Freude zu machen, unsere Darbietungen vorzuzeigen, unseren Tieren, wie es hier geht. Und halt viel, viel Freude machen. Wie groß ist Ihr Ensemble? Ja, jetzt über den Wintermonaten sind wir in der Pause jetzt zur Zeit hier in Flush City und das ist halt nur noch Familie da. Über den Sommer kommt es immer darauf an, wie viele Artistenfamilien wir dabei haben. Manchmal haben wir nur drei Artistenfamilien dabei. Vier, fünf Mann pro Familie. Manchmal hat man sogar mehr dabei. Es kommt auch darauf an, wie die Künstler in der Manege sind. Manche können zwei Nummern, manche halt nur eine Nummer. Und da kommt es auch immer darauf an. Manchmal sind wir 60 Leute an Gelände und manchmal auch nur 30. Wie sieht es denn mit dem Nachwuchs aus? Dafür habe ich gut gesorgt. Ich bin eine Mutter von zehn Kindern. Ich habe meine Pflicht getan. Was fasziniert dich am Zirkus? Dass man überall auf einem anderen Ort ist, kennt man viele Leute und dass ich irgendwann mal selber Direktor werden will. Die Tiere und die Akrobaten halt. Bist du selbst Artistin? Ja, ich bin die Luftakrobatin, die Schlangenakrobatin und die Bauchtänzerin. Aber auch im Winter gibt es keinen Stilstand. Es muss ja weiter geübt werden. Es müssen die Nummern ja immer wieder neu überarbeitet und probiert werden. Das ist richtig. Kleingemüse, also meine Kinder sind jetzt noch ein bisschen an Trainieren. Aber wir haben jetzt in der Vergangenheit halt zehn Jahre an einem Stück durchgehend Gastspiele gehabt. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt im Winter pausieren. Seit zehn Jahren. Und jetzt gönn ich sie halt auch ein bisschen die Freizeit. Sie müssen halt trotzdem schauen, dass unseren Tieren gut geht. Dass man nicht einrostet mit Bogenakrobatik oder Sonstiges. Aber jetzt heißt es wirklich mal ein paar Wochen Ruhe. Mit Beginn, 6. März, zieht die Karawane wieder durch die Lande. Ja, wir starten unser Programm in Leoben. Also am 6. März ist alles aufgebaut. Am 7. haben wir dann das erste Gastspiel. Und ich hoffe, da kommen halt auch wieder einige Zuschauer. Und dann geht es halt weiter nach Torfeiach. Dann geht es nach Knittelfeld, Judenburg. Dann geht es nach Kärnten in Kärntnerland. Ja, und man kann ohne weiteres sagen, dass das Schlusswort sein soll. Akrobat schön. Das ist richtig. Akrobat ist schön und es wird auch immer schön bleiben. An Romantik und Träumerei von der Vergangenheit und der Zukunft, wo einst ein stolzer Viermaster stand, stehen heute die kleineren Zeltaufbauten. Das Zirkusleben hat aber an Begeisterung nichts eingebüßt. Auch heute und in der Zukunft wird die Zirkuskarawane durch die Lande ziehen und jung und alt in Entzücken versetzen. Das Zirkusleben hat aber auch immer noch nicht eingebüßt.